Hallo meine Freunde, willkommen in einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Leute, ganz wichtig, vergiss nichts, meinen Creator-Code einzugeben. Itemshop, ganz einfach, ist mein Creator-Code barn-gö, könnt ihr oben rechts sehen. Leute, heute im Video, viele Leute haben mich gefragt, Jekke, welche Kleidung trägst du auf Baustell? Welche Kleidung trägst du in Fortnite? Heute, kleiner Update-Video, vor lange Zeit, ich hab mal gezeigt, meine Spinde Fortnite. Heute, ihr seht, kleiner Update, welche Skinner ich gekauft habe, welche ich neu habe, welche ich am liebsten spiele, mit welchen Skinner, ihr werdet eine brutale Traktor-Panzer. So Leute, meine Lieblings-Skiner seht ihr heute, meine Lieblings-Skiner, diese Skinner habe ich alle, ihr könnt alle sehen, vergleichen, meinte, ich habe gekauft, viele habe ich von Battle Pass, zum Beispiel, diese Skin ist eine super Skin, sieht aus wie Thanos von Marvel, aber ist ein bisschen fett, wenn du spielst, ist schwierig zu schießen mit denen, deshalb lieber spielt mit schlanke Leuten, die dünn sind, wie zum Beispiel, John Wick, super, super Skinner, sieht super aus, sieht aus brutal, ist eine Umbringer, wie man sagt auf Deutsch, und ist sehr dünn, kann es leicht schießen, super Skin, diese Skin finde ich nichts gut, diese auch nicht. Nächste Super Skin ist, eisige, rote Ritterin, ich weiß nicht warum da steht rote, weil der ist blau, ist vielleicht Spielfehler, ist ein Super Skin, ist eine dünne Frau, spiele ich auch sehr oft, diese Skin auch gut, aber spiele ich nicht so oft, auch gute Skin spiele ich nicht so oft, den habe ich gekauft, ich weiß nicht warum, diese Skin sieht super aus, wenn der wird, diese schwarze Modus, dann ich glaube ich werde spielen, wie macht man das, so, wenn diese schwarze ist, ich werde immer spielen, weil sieht aus wie eine Ninja von Japan, dann nächste Skinner, welche habe ich hier, die ist ein Super Skin, super Skin ist schwarz, ist dünn, super, grazil, wie man auf Deutsch sagt, dann wir haben andere, ist auch gut, ist auch gut, der ist scheiße, ist zu fett, kann man nichts spielen, siehst du, wegen seiner komischen Mosche siehst du nichts, den Leute habe ich gekauft, 2000 wie Boxer, ich weiß nicht warum, weil ist zu fett, Super Skin, eine Shogun von Japan, mit diesem Schwert sieht auch super aus, aber ist viel zu fett, wenn man spielt, diese Skin ist auch eine Super Skin, spielt Mongral, ich spiele auch, Super Skin ist nicht zu fett, ist ein bisschen fett, aber kannst du trotzdem noch spielen, denn, eine schwarze Ritter in Spider-Man Version, welches Skin, diese Skin habe ich lange gespielt, eine Verwolf, Super Skin, weiße John Wick, auch sehr gut, brutale Traktor-Panzer-Skin, dann, diese Skin, Leute, ich verstehe nichts, viel zu fett, kannst du spielen, Pumpgun trifft nichts, mit Bohrmaschinen, wie soll man da schießen, dieser Update hat mir sehr gefallen, Elite Agentin, ist geworden und eine Maske, diese, äh, No Skin, Default Skin, spiele ich am liebsten, ich habe auch viele gekauft, aber sehen wir später, welche von dieser Skin er spiele ich noch, diese Skin von Ghost Camera, spiele ich auch ganz oft, äh, auch der hier sehr gut, diese Skin, Leute, hat mir geschenkt, eine Abonnent, hat mir geschrieben, Instagram, Jeki, kannst du runterladen, hat mir geschickt, eine Code, vielen Dank, meine Freund, Dankeschön, danke für eure Unterstützung, weil ihr wisst, mit Klicks kriege ich nicht so viel Geld, deshalb immer Krediter-Code eingeben, diese Banane, Leute, Super Skin, ist zwar fett, eure Bohrmaschine wird nichts treffen, aber Leute, eine Creme-Banane, in Fortnite, wo habt ihr sowas gesehen, Super Skin, ähm, diese sehr gute Skin, diese Skin ist eine schwule Skin, spiele ich nicht so oft, dann Fußball-Skin, Leute, 3-Hard-Skin, Super Skin, spiele ich sehr oft, weil ich habe deutsche Nationalmannschaft, ich habe vielleicht keine deutsche Pass, aber wenigstens kann anziehen diese Frau, deutsche Nationalmannschaft, Recao, diese Skin spiele ich auch manchmal, dann Leute, diese Frau ist für mich beste No Skin, deshalb habe ich alle Versionen gekauft, diese, 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 dann diese, und Elite Agent spiele ich oft, Super Skin, äh, welche Skinner? Leute, ihr wisst, ich komme von Kosovo, ich habe viel gearbeitet auf Baustellen, diese Junge hat viel auf Farm gearbeitet, eine Bauer, hat viel Kalamatsch gearbeitet, der Junge ist eine Albaner, spielt diese Skin, Leute. Andere Skinner, Leute, ich kann nichts zeigen, ich glaube, das war mit Video, eine kurze Video, meine Lieblings-Kina, die ich euch alle gezeigt habe, die andere, die ich nicht angeklickt habe, spiele ich nie, weil, zum Beispiel diese, guck mal, was ist das für ein Kopf? Sieht aus wie eine Partition, spiele ich nie, Leute, das war meine Lieblings-Kina, viele Dank für das Video, vergisst nicht, äh, zu liken, loge aktivieren, meinen Creator-Code einzugeben, bis nächste Woche, wir sehen uns, Jackie Chene. bis nächste Woche,